Robert Friedrich Geiss, geboren am 29. Januar 1964 in Köln, ist ein berühmter deutscher Geschäftsmann und Fernsehschauspieler. Er ist Gründer der Sportbekleidungsmarke Uncle Sam und wurde mit seiner Frau Carmen Geiss durch die Reality-Show, die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, zu einem bekannten Fernsehgesicht, eine erstaunlich verschwenderische Familie. Der Ruhm des Paares beruht nicht nur auf seinem Reichtum, sondern auch auf seinem verschwenderischen Lebensstil, der stets durch Yachten, Luxusvillen und Reisen rund um die Welt zum Ausdruck kommt. Doch hinter diesem Glamour erlebte Robert einen großen mentalen Schock, als er vom Arzt hörte, dass seine Frau Carmen an einer schweren Krankheit namens Neuroblastom litt. Carmen Geiss, Roberts Frau, die ihm bei allen geschäftlichen Aktivitäten und im täglichen Leben stets zur Seite steht, ist nicht nur eine starke, lebendige Frau, sondern auch seine größte Quelle der Ermutigung. Das Paar hatte im Leben viele Höhen und Tiefen durchgemacht, doch die Nachricht von Carmens Krankheit hinterließ bei Robert völlige Verzweiflung. Das Neuroblastom ist eine gefährliche Krebsart, die häufig bei Kindern auftritt, aber auch bei Erwachsenen auftreten kann. Es handelt sich um eine seltene Erkrankung mit oft schlechter Prognose, die den Betroffenen und ihren Familien große Sorgen bereitet. Als er die Ergebnisse des Arztes erhielt, hatte Robert das Gefühl, als würde alles um ihn herum auseinanderfallen. Das Leben, das ursprünglich voller Freude, Glück und Reichtum war, wird jetzt von Angst und Furcht überschattet. Er teilte Freunden und Verwandten mit, dass er nie gedacht hätte, dass seine Frau an einer so gefährlichen Krankheit leiden würde. Die Sorge um Carmens Gesundheitszustand macht es Robert schwer, sich auf die Arbeit oder etwas anderes zu konzentrieren. Für Robert ist Carmen nicht nur seine Frau, sondern auch seine Vertraute und Begleiterin auf seinem Weg. Gemeinsam haben sie viele Höhen und Tiefen im Leben und bei der Arbeit durchgemacht. Carmen ist nicht nur Mutter zweier Kinder, sondern auch die Frau, die Roberts Erfolg immer unterstützt und hinter ihm gestanden hat. Sie wirkte immer als starke, selbstbewusste und attraktive Frau, doch nun steht sie vor der größten Schlacht ihres Lebens, dem Kampf gegen den Krebs. Robert beschloss, vorübergehend alle geschäftlichen Aktivitäten und Fernsehprojekte zurückzustellen, um Carmen während des gesamten Behandlungsprozesses zur Seite stehen zu können. Er möchte seine ganze Zeit und Energie darauf verwenden, seine Frau in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Luxuriöse Reisen, Partys und Geschäfte wurden allesamt bedeutungslos, als er mit der Aussicht konfrontiert wurde, seine geliebte Frau zu verlieren. In dieser Zeit erkannte Robert, dass Geld und Ruhm weder Gesundheit noch Glück kaufen können. Er versteht auch, dass Liebe und Unterstützung im Moment das Wichtigste für Carmen sind. Die beiden besprachen gemeinsam den Behandlungsplan, suchten nach den besten Ärzten und waren bereit, alle Methoden auszuprobieren, um die Krankheit zu besiegen. Obwohl Roberts Geist gebrochen war, versuchte er dennoch, den Glauben und die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Er war immer an Carmens Seite, ermutigte und motivierte sie. Jedes Mal, wenn er seine Frau mit dem Schmerz ihrer Krankheit konfrontiert sieht, schätzt Robert jeden Moment mit ihr noch mehr. Er erzählte, dass ihm diese Zeit dabei geholfen habe, den wahren Wert von Familie und Liebe zu erkennen. Luxuriöse materielle Dinge sind nun zweitrangig, wenn er versteht, dass Carmens Gesundheit das Wichtigste ist. Auch Freunde und Verwandte der Familie Geist haben Robert und Carmen in dieser schwierigen Zeit voll und ganz unterstützt und getröstet. Viele Menschen schickten ermutigende Worte und Gebete für Carmens Genesung. Obwohl ihre Fangemeinde das wohlhabende Leben des Paares stets verfolgt und bewundert, sendet sie nun einstimmig ihre besten Wünsche an die Familie Geist. In den dunkelsten Momenten erinnert sich Robert immer an die schönen Erinnerungen, die das Paar zusammen hatte. Sie hatten gemeinsam ein Traumleben aufgebaut und Robert wollte sich eine Zukunft ohne Carmen an seiner Seite nicht vorstellen. Er glaubt, dass Carmen mit seiner Liebe und Unterstützung die Kraft haben wird, diese Herausforderung zu meistern. Dieses Ereignis hat dazu geführt, dass Robert seine Sicht auf das Leben stark verändert hat. Früher legte er immer Wert auf Karriere und Erfolg. Aber jetzt versteht er, dass Gesundheit und Familienglück das Wichtigste sind. Er hat gelernt, langsamer zu werden, mehr Zeit mit seinen Lieben zu verbringen und jeden Moment zu schätzen. Am 15. September 2024 schockierten schockierende Nachrichten die Medien und Fans auf der ganzen Welt. Viele renommierte Medien veröffentlichten gleichzeitig Nachrichten über den plötzlichen Tod von Robert Geiss, einer berühmten Persönlichkeit aus der Unterhaltungs- und Geschäftsbranche in Deutschland. Als Reality-TV-Star und erfolgreicher Geschäftsmann ist Robert Geiss nicht nur durch seine berühmte TV-Show, Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, bekannt, sondern auch durch das Image eines erfolgreichen und erfolgreichen Geschäftsmanns lebenslustiger Mann. Als die Nachricht über seinen Tod offiziell von Nachrichtenagenturen bekannt gegeben wurde, waren daher viele Menschen schockiert und traurig. Führende deutsche Nachrichtenagenturen wie Bild, Der Spiegel und viele große Fernsehsender berichteten umgehend als erste über dieses Ereignis und bestätigten, dass Robert Geiss am 15. September 2024 verstorben ist. Die genaue Todesursache ist zwar unbekannt, dieser Fakt ist jedoch gegeben überraschte viele Menschen. Diese Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken, wo seine Fans, Freunde und Kollegen kontinuierlich die neuesten Informationen teilten und ihre Gefühle über seinen plötzlichen Tod zum Ausdruck brachten. Soziale Netzwerke sind zu dem Ort geworden, an dem Menschen am meisten von dieser traurigen Nachricht erfahren. Nur wenige Stunden nach der Meldung großer Nachrichtenagenturen erschienen auf Facebook, Instagram und Twitter tausende Beiträge, in denen über Robert Geiss und sein turbulentes Leben berichtet wurde. Viele Fans drückten ihre Trauer über diesen großen Verlust aus, da sie Robert und seine Familie viele Jahre lang durch die berühmte Reality-TV-Show verfolgten. Unvergessliche Momente, von verschwenderischen Reisen, lustigen Familienaktivitäten bis hin zu Kontroversen und Konflikten, haben die Show, die Geissens, attraktiv gemacht und dazu beigetragen, dass Robert zu einer Ikone der Popkultur in Deutschland wurde. Nicht nur Fans, sondern auch viele Freunde und Kollegen von Robert Geiss zeigten sich schockiert über diesen Abgang. Unmittelbar nach Bestätigung der Nachricht wurde eine Reihe emotionaler Kommentare veröffentlicht. Andere Fernsehstars, erfolgreiche Geschäftsleute und sogar Politiker drückten jemandem, mit dem sie zusammengearbeitet haben, ihr Beileid aus und tauschten Erinnerungen aus. Einige Menschen, die Robert nahestehen, haben zum Ausdruck gebracht, dass Robert im Alltag freundlich, offen und immer bereit ist, anderen zu helfen, obwohl er ein berühmter Charakter mit einem luxuriösen und protzigen Image ist. In den sozialen Netzwerken wurde der Hashtag Hashtag Robert Geiss schnell zu einem der Trend-Keywords, da Nutzer aus aller Welt Fotos, Videos und Erinnerungen an Robert posteten. Einige Menschen erinnerten sich an ihre Lieblingsfolgen von »Die Geissens«, während andere persönliche Geschichten über ihre Begegnung mit ihm im wirklichen Leben erzählten. Viele Menschen vergaßen nicht, Robert für seine Beiträge zum Fernsehen und zur Populärkultur zu würdigen. Der Abgang von Robert Geiss wirft auch viele Fragen zur Zukunft der Show »Die Geissens« auf. Die Show wurde mehr als ein Jahrzehnt lang ausgestrahlt und zeichnete das verschwenderische Leben und die Abenteuer der Familie Geiss auf. Mit dem Weggang der Hauptfigur scheint die Zukunft der Serie ungewiss. Viele Fans haben sich gefragt, ob seine Frau Carmen Geiss und ihre Kinder in der Show weitermachen werden oder ob dies das Ende einer Show sein wird, die zum Synonym für »Robert Geiss« Namen geworden ist. Neben den Beileidsbekundungen der Öffentlichkeit haben viele Medienagenturen auch damit begonnen, Sonderreportagen zum Gedenken an das Leben und die Karriere von Robert Geiss zu produzieren. Fernsehsendungen, Zeitungen und sogar Online-Plattformen veröffentlichten gleichzeitig Artikel und Videos, die wichtige Meilensteine in seinem Leben dokumentieren. Von seinen Anfängen in der Modebranche bis hin zum Reality-TV-Star hat Robert Geiss nicht nur in den Herzen der deutschen Öffentlichkeit, sondern auf der ganzen Welt starke Spuren hinterlassen. Der Tod von Robert Geiss am 15. September 2024 hinterließ eine große Lücke in den Herzen seiner Fans, Freunde und Familie. Auch wenn er nicht mehr existiert, wird das Bild eines Geschäftsmanns und Fernsehstars, der sein Leben immer in vollen Zügen genoss und keine Angst davor hatte, sich zu äußern, für immer im Gedächtnis von Millionen von Menschen bleiben. Robert Geiss, als Mann hinter einer Reihe berühmter Modemarken und mit einem luxuriösen Leben erregt Robert Geiss mit seinem wohlhabenden Lebensstil und seinem beeindruckenden Familienleben stets die Aufmerksamkeit der Medien. Die Nachricht von seinem Tod löste große Trauer aus, da seine Fans und Bekannten ihre Trauer über den vorzeitigen Tod einer Medienikone und erfolgreichen Geschäftsmanns zum Ausdruck brachten. Die Wahrheit über den Tod von Robert Geiss bleibt jedoch ein kontroverses Thema und wurde nicht bestätigt. Deutsche Medien und soziale Netzwerke haben Gerüchte über seinen Tod verbreitet, seine Familie und nahestehenden Personen haben jedoch keine offiziellen Erklärungen abgegeben. Diese Nachricht sorgte in der Öffentlichkeit für Verwirrung und Aufruhr, viele Fans äußerten Skepsis und hofften, dass es sich lediglich um ein Missverständnis handelte. Zuvor waren Robert Geiss und seine Frau Carmen Geiss mehrfach über falsche Angaben zu ihrer Gesundheit und ihrem Privatleben gemunkelt worden, weshalb viele Menschen an der Zuverlässigkeit dieser Angaben zweifelten. Robert Geiss wurde am 29. Januar 1964 in Köln geboren und wurde dank einer erfolgreichen Geschäftskarriere in der Modebranche zu einem der berühmtesten Millionäre Deutschlands. Er und seine Frau Carmen bauten das Modeimperium R.C. auf. In den 1980er Jahren wurde die Marke nach Köln gebracht und entwickelte sich schnell zu einer internationalen Modeikone. Nachdem das Paar das Unternehmen verkauft und ein Vermögen gemacht hatte, hielt es seine Popularität durch eine Reality-TV-Show über ihr verschwenderisches Leben aufrecht und machte sie zu einer der berühmtesten Familien in Deutschland. Das Leben von Robert Geiss ist immer mit Luxus und der öffentlichen Meinung verbunden, da er nicht zögert, über seine luxuriösen Reisen, teuren Immobilien und seine Supercar-Sammlung zu berichten. Das macht den Reiz der Sendung, die Geissens, aus, in der das Publikum sein glanzvolles Leben mit seiner Familie detailliert verfolgen kann. Obwohl er viele Komplimente erhielt, wurde Robert auch oft wegen seines verschwenderischen Lebensstils und seines prahlerischen Stils kritisiert. Sollte die Nachricht vom Tod von Robert Geiss wahr sein, wäre das nicht nur für seine Familie, sondern auch für Fans, Kollegen und die gesamte deutsche Unterhaltungsindustrie ein großer Verlust. Robert ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Symbol für Aufstieg und Erfolg durch Einsatz und Einfallsreichtum im Geschäftsleben. Sein Leben und seine Karriere sind der Beweis dafür, dass nichts unmöglich ist, wenn man die Leidenschaft und den Willen hat, etwas zu erreichen. Viele Fans strömten zu sozialen Netzwerken, um ihr Beileid und ihren Respekt für ihn auszudrücken. Sie erinnern sich an Robert als einen Mann mit einem selbstbewussten, starken Lebensstil, der keine Angst davor hatte, sich auszudrücken. Obwohl er von der öffentlichen Meinung oft wegen seiner Extravaganz kritisiert wurde, konnte niemand leugnen, dass er ein farbenfrohes Leben führte und sich stets den Dingen widmete, die er liebte. Für seine Familie, Freunde und enge Fans war sein Tod ein großer Schock und sie werden ihn immer als Vorbild für Erfolg und Mut im Leben in Erinnerung behalten. Carmen Geis, Roberts Frau, hat sich zu diesem Gerücht nicht geäußert, aber wenn das wahr ist, wird die Familie Geis sicherlich eine schwere Zeit vor sich haben. Carmen und Robert sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, Davina und Chenayel. Das Leben der Familie Geis wurde von Medien und Öffentlichkeit stets aufmerksam verfolgt und gemeinsam haben sie viele Herausforderungen des Lebens gemeistert. Ob die Nachricht vom Tod von Robert Geis wahr ist oder nur ein Gerücht, zeigt auch seinen großen Einfluss auf die deutsche Öffentlichkeit. Vom erfolgreichen Geschäftsmann zum Reality-TV-Star hat Robert Geis einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Seine Erfolge und Eindrücke in der Modebranche sowie in der Unterhaltungswelt werden für immer in Erinnerung bleiben, unabhängig davon, ob die Gerüchte über seinen Tod tatsächlich wahr sind oder nicht. Die deutsche Öffentlichkeit wartet noch immer auf offizielle Informationen von der Familie und den Verwandten von Robert Geis. Unterdessen drücken Fans auf der ganzen Welt weiterhin ihr Beileid aus und hoffen, dass dieses Gerücht bald aufgeklärt wird. Der Name Robert Geis wird immer als talentierter Millionär, liebevoller Familienvater und Mensch mit großem Einfluss auf die deutsche Geschäfts- und Unterhaltungswelt.